Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was machst du denn da? Na ja, wonach sieht's denn aus? Das ist Johann Röderer. Wie der Röderer Champagner? Ich glaub nicht, dass er so reich ist. Der Scheißgeld, das seh ich. Niemand kann sie diesmal stoppen. Ja, dann müssen sie nur noch drei Monate Mieten Kaution zahlen. Drei Monate Mieten Kaution für drei Monate wohnen? Du, äh, unsere Wohnungsleben an. Hey, ein bekehbarer Kleiderschrank. Das ist das dritte Zimmer. Doch die Suche nach der passenden Wohnung ist genauso schwierig. Der ist so süß. Der wurde nebenan. Wie den perfekten Mann zu finden. Oh, es ging aber schnell. Da bleibt sich in ihrer Männeline treu. Mädchen, Mädchen, zwei. Scheiße. Versteck mich. Das war bestimmt dieser dämliche Freund meiner Tochter. So ein Arschkriecher und Angeber. Tut mir leid, dass ich störe. Weil ich muss jetzt nicht den Bus kriegen. Ich glaube, du stehst auf mich. Ich denke jetzt bloß nicht, dass ich schwach werde. Natürlich nicht. Meine Kontaktlinse muss hier irgendwo sein. Mädchen, Mädchen, zwei. Was willst du denn jetzt? Wegen Sex am Flussufer oder was? Du bist so ein Rehstreichler.